Servus und welcome back zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es endlich mal wieder ein Video. Wir fahren heute ein paar Trails, Ramslite Trail und so weiter. Die sind ziemlich bei mir in der Nähe, deswegen checken wir die mal aus. Ich habe auch noch drei andere Trails dann. Kann ich nur nicht, schauen wir uns an. Gerade bin ich aber noch in Bayreuth, wen was das MTB Frühling Video shooten. Das ist auch der Grund, warum aktuell nicht so oft Videos kommen. Aber jetzt snack ich erst noch ein bisschen was, weil es ist ein wenig Mittag. Und dann fahren wir. Fängt länger an zu schürfen. Aber gut. Zwar schon fast mit einprogrammiert. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Lights. Und dann müssen wir sich bremsen. Das ist mega beschissen. Foreignator trampolisch. Ich preoccupiere mich einfach mit anlesen. Jetzt brauche ich alle nóis. Ich bin wirklich was挑 olvidet. Ich brauche mit dir. Also Wetter, falls man mich nicht versteht, schaut nicht so gut aus, es ist halt dermaßen Pindig und anscheinend Schürfzeit noch. Also wir sind oben am Startpunkt vom Ramos Hotel Trail und fahren ihn jetzt einmal. Und wir sind oben am Startpunkt vom Ramos Hotel. And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right 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 It's all right It's all right It's all right I'm just going with the gut Never had a doubt I felt like this is just a must Put me in perspective I'm the famous in the car Everybody tune in Why this is just for us now Das war jetzt die erste Abfahrt mit Rucksack Ich habe gerade nochmal ausgemacht Dass jetzt nochmal den Rucksack mitnimmt Dass ich jetzt mal wirklich Wie im Endurorennen ohne Rucksack Wirklich mit dem Gepäck fahre Was ich auch normal mit dabei habe Genau Jetzt gibt es eine zweite Abfahrt Mal gucken wie die läuft Die erste war ein bisschen schwierig Weil das war halt trotzdem ein Gewicht auf dem Rücken Ich schätze mal so Der hat mindestens 5 Kilo der Rucksack Weil da ist alles mit drin Mindestens 3 Liter Wasser Weil ich von ihm auch noch was mit dabei habe Genau Aber jetzt gibt es die zweite Abfahrt Schauen wir mal wie die läuft POV Race Run Wirklich mit der Rucksack Wirklich mit der Rucksack Wirklich mit der Rucksack Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das waren jetzt die zwei Aufnahmen vom Ransenshal-Trail. Der zweite war ein wirklicher Race-Run. Bedeutet, da habe ich mal geguckt, wie wir da echt pushen können. Genau, und jetzt fahren wir weiter zum nächsten Trail. Wie ihr es vielleicht sehen könnt, wir stehen hier nicht an dem neuen Trail, sondern sind hier gerade an so einem kleinen Sprung. Wollen wir ein paar Crankflipsen und sowas. Genau, wir sind jetzt hier nicht an den anderen Trails, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Wir sind um vier an dem anderen Trail wegfahren. Wir mussten auch ein bisschen, dass es sich eben so geführt, wie wir shooten. Genau, ich fahre jetzt wahrscheinlich die Tage nochmal und suche die anderen, wenn halt jemand viel Zeit hat. Wir sind jetzt hier im Buchstein, weil ich mir da mal eingebildet habe, dass ich nochmal was gesehen habe, wo ich mir hier lang gelaufen bin. Ja, genau, das ist so ein verlassener Trail, nicht ewig lang. Ein dicker Sprung am Ende mit einer natürlichen Landung. Genau, schauen wir erstmal. Ausgebombter Anlieger sind zwei drin und irgendwie drei Sprünge oder sowas. Aber es teilt schon wir uns das erste Mal an. Musik Untertitelung des ZDF, 2020